Was war denn das? Was war denn jetzt? Achso, nee, kacke, das kann ich hier ja gar nicht machen. Ich habe den Polzenschneider noch nicht. Aber ich könnte... Oh, nein. Das wollte ich nicht. Ich könnte ich mal hier lassen. Was? Oh. Wie kann ich denn... Ja? Bitte? Bitte? Hier komme ich rein. Was war denn das jetzt? Oh, das ist auch fürs U-Boot. Sehr gut. Ich habe jetzt mittlerweile zwei Sachen fürs U-Boot. Das ist für das Rettungsboot eigentlich und die Fuse, weil man braucht noch eine Sicherung, um die Power, glaube ich, fürs U-Boot anzumachen. Aber habe ich alles vom U-Boot? Das ist zum Schweißen. Ich glaube, ich müsste alles fürs U-Boot haben. Ich glaube, das U-Boot war ganz unten, ne? Okay, dann lasst mich hier irgendwo mal bitte... Ähm... Nee, also bevor ich das mache... Möchte ich erst mal zum U-Boot, irgendwie, wenn ich mal eine Treppe finden würde. Hier war ich glaube ich schon. Da ist eine Treppe. Da ist das U-Boot. Das... 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 Ach, scheiße, ich brauche die Batterien noch. Kacke. Mist. Kacke. So, hier könnte ich jetzt zum Beispiel die Fuse einsetzen. Kacke. Okay. Dann fehlt mir jetzt fürs U-Boot nur noch die Batterie eigentlich. Kacke. Ach, falsche Tasse die ganze Zeit. Da ist er. 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 Nein. Nein. Okay. Da ist er. Da ist er. Ja. Da ist er. Ja. Na. Da ist er. Wollen wir jetzt einfach warten? Oh nein! Ja, wo er... könnte sein. Auf, 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 auf! 50% Ach Gott, ich würde sagen... 75% Bitte geh! Bitte geh weg! Alter, ich bin so am Zittern! Ah! Scheiße! Okay! Äh... Fuck! Lower! Okay! Oh, ich bin so am Zittern! Scheiße! Der ist hier jetzt bestimmt die ganze Zeit! Ist der weg? Ne, der ist hier noch irgendwo... Ne, der ist hier noch irgendwo... Das? Ich bin so am Zittern! Der ist hier doch... Was für dich? Ich bin so am Zittern... Ich bin so am Tag. Und dann kann ich jetzt um, Ich bin beim zweiten Mal entkommen. Ich bin beim zweiten Mal entkommen. Ich habe das Spiel gerade zum zweiten Mal angemacht und bin meinem zweiten Mal einfach schon entkommen. Mit dem U-Boot, wo man eigentlich das meiste braucht. Ich bin so am Zittern. Ich habe gedacht, wenn der mich jetzt noch kriegt, ich wäre ausgerastet. Ich war so kurz davor und ich habe es geschafft. Oh Gott, mein Herz. Okay, ich denke, das war es dann auch jetzt erstmal mit der ersten Aufnahme von Monstrum. Wie gesagt, es wird jetzt nichts tägliches. Das wird vielleicht alle zwei, drei Tage mal kommen, der Episode. Ich werde auch mal versuchen, mit den anderen zwei Sachen noch zu entkommen. Und ja, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt auch bei Monstrum weiterhin mit dabei. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt noch im Nachhinein ein bisschen Pineview Drive aufnehmen. Alice werde ich jetzt erstmal auslassen, denke ich, weil ich auch einfach im Moment keine Lust auf Alice habe, ehrlich gesagt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal Monstrum wieder und dann gleich zurück bei Pineview Drive. Bis dahin. Bye, bye. Bye.